Titel ist Gamer. Nehmen wir das einfach mal so hin. So ist es halt Dekoration. Ja, genau. So. Oh, wie fein. Es leiert ein wenig. Ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr als vorhin, aber gut. Ja, das könnte daran liegen, dass ich nebenbei noch was hochlade. Ich hoffe nicht, dass es daran liegt. So, dann werden wir hier... ...mächten nicht... Yay, schlafen gehen. Stay, don't stay safe. Oh, du bist ein Freund von Victor. Na dann werde ich... ...die Räume... ...für euch vorbereiten. Das ist gerade ein bisschen lustig. Ich habe hier alle sieben Sekunden mal ein Standbild zu sehen. Das war's. Oh, echt? Ja, das ist ja die Betragungszeit. Vom Camtasia unten. Ach so. Alle sieben Sekunden mal. Ich hoffe, das... ...ääh... ...wegt sich gleich wieder. Normalerweise haben wir das nämlich nicht. Ähm... Ja, ich glaube, jetzt ist sie wieder gefangen. Ja? Gut. Sehr gut. Ähm... Wie war sein Name gleich? Victor? Er ist noch nicht zurückgekommen. Aber wir hatten noch nichts anderes vor. Hm... Warten wir einfach ein bisschen länger... ...und wenn der noch nicht auftaucht... ...gehen wir einfach Richtung Norden. Ja. Genau. Zwischendurch trinken wir noch einen. Rauchen eine. Ja. Na, vielleicht kann Meister Theo uns helfen. ... Cleo, warum hat Pan Ja, hör auf damit Ja, hör auf damit Ja, sie fällt dann so Nein Die Punkte kann man ja auch ganz schlecht übersetzen Bitte? Die Punkte kann man ja ganz schlecht übersetzen Ja, ja, auf jeden Fall Wir haben zuletzt mit Punkt, Punkt, Punkt gemacht Was ist da los? Zu solch einer späten Stunde Hatten wir das Wort für Getreffs nicht vorhin schon mal? Das waren die Flüchtlinge Ach ja, genau Wir hörten, dass hier sich Flüchtlinge aufhalten Wir werden uns umschauen Jawohl Aber Sir, unsere Gäste schlafen Halt den Mund Du planst doch Aber Haber heißt doch Hafen Dankeschön Vielleicht will er sie irgendwie schützen Ja Du planst doch die Rebellen zu beschützen Natürlich Nicht Nicht Jünger Meister Sie kommen wegen uns Victor, er muss uns verraten haben So eine Sau Ja Schlimmige Drecksau Wir hätten ihm nicht vertrauen dürfen Ja, er hat schon einen hinterhältigen Blick Das sieht nicht gut aus Die werden uns sicher finden Ja, ist ja nicht so schwer Brauchst du nur eine Tür aufmachen, ne? Ja Was sollen wir tun? Junger Herr Lasst uns kämpfen Ja, junger Herr Ich, Gremio, werde dich beschützen Äh, mit meinem Leben beschützen Dabei schneller als der Text Oh, hör auf, Gremio Hat doch nur Spaß gemacht Es sind zu viele Beruhig dich Zu viele Na ja Feuersturm ab und dann ist der Arsch ab Dann brennt's Ja Quasi in der Mütze Ja Oh oh Jetzt haben wir ein großes Problem Okay, nur vielleicht Können wir jungen Herren Hier vorher rausbekommen Fakt ist noch nie Oh, durch die Wand geschmissen Oh Da steht ja jemand hinter der Uhr Äh, hier lang Schnell Wer war das? Ich hoffe, jetzt habe ich gerade Nicht eine Frau mit einer tiefen Stimme gesprochen Man könnte auch die jungen Herren Unterm Bett verstecken Oh, okay Natürlich war er eine Frau Odessa Oh, wartet ihr Schnell Wollt ihr gefangen werden? Wer bist du? Wer auch immer sie ist Dank Gott Da hat sie recht die Cleo Das ist richtig Eine sehr besondere Person Deswegen hat man sie wahrscheinlich auch am längsten in diesem Spiel mit Juhu So Ihr seid also die neuen Freunde Von denen Victor mir erzählt hat Jeder wartet Folgt mir Alle warten Die arbeitet mit Victor Hier plätschert das Wasser Hörst du Du hörst den Sound vom Spiel auch nicht, ne? Ne Gut Also, was heißt gut Doch, die Betragung von Skype hat nicht wirklich so einen Sound mit Aber das Bild habe ich, das ist wichtiger Ja, ne, das frage ich immer jeden Weil es wäre lustig, wenn irgendwann mal jemand sagt, ich höre das Oh Es tut mir leid, Jack Ihr müsst eine krasse Zeit hinter euch haben, aber Es war aufregend, oder? Was passiert hier? Ich denke nicht Dass ich mich so schnell so selbst Hä? Ne, warte mal Boah Wie übersetzt sich denn das jetzt? Hm I didn't think I'd give myself away so soon Hat sie sich für irgendwas hergegeben, oder? Keine Ahnung Ja, ich nehme an, er meint damit, dass er Äh Quasi sie nicht so schnell verraten hätte, oder sowas Oh Ähm Jetzt, wo ihr Odessa getroffen habt Odessa? Da klingelt's irgendwie Du meinst doch nicht die Armee der Rebellen Armee der Rebellen? Wir selber nennen uns die Armee Die liberale Armee Aber wählen kann man schon Namen Lasst mich mich vorstellen Ich bin Odessa Silverberg Anführer der liberalen Armee Wie geht's euch? Ja, super Auf jeden Fall Wir haben ein bisschen geschlafen Einen gerauchten Trink gehabt Hier darfst du Victor Sind das die Leute Die wir treffen sollten? Richtig Bereitet euch auf eine Überraschung vor Das hier ist der Sohn von Generalm Theo McDowell Der nicht Jack heißt, sondern eigentlich Tyr Nicht wie ich anfänglich beim ersten Video sagte Ryan Das war ein leichter Fehler Und ein Flüchtling Den wir verstecken müssen Glaubst du, er wäre der liberalen Armee eine große Hilfe? Du musst scherzen Warum sollte der junge Herr Die Rebellen Äh Äh Join Sich den Rebellen anschließen Richtig, junger Herr? And who says Ja, vielleicht sollte ich die Äh Liberale Armee Joinen Joinen, ja Ist doch ein schönes Wort Siehst du? Der ist interessiert Moment Lass mal auf den Text warten Niemals Kürzlich wurden viele unserer Verstecke entdeckt Und das muss ein Spion sein Mit all diesen Problemen, die wir bereits haben Lass das mal fort Können wir es nicht verantworten Irgendwelche Fremden aufzunehmen Genau Ich weiß, ihr seid alle Hintergangen worden Von Victor? Oder Ich glaube, ihr seid alle Von Victor auf den Arm genommen worden Immer wenn er jemanden mitbringt Den er mag Dann Bringt er sie mit in die Gruppe Aber sie sind nur hier Um Doch wieder vom Imperium Gejagt zu werden Und die Stadt ist stets voller Soldaten Ihr solltet vielleicht bleiben Bis die Dinge sich gelegt haben Egal wie ihr euch entscheidet Ja Es liegt bei euch Bla Ja Ihr müsst scherzen, junger Herr Eins mit den Äh Eigentlich mit den Rebellen zu werden Das kann nicht sein Rebellen Liberale Armee Nun, warum nicht? Vielleicht sollten wir wahre Rebellen werden Ich find's toll Ja Wir schlagen uns auf die Auf die Seite der Armen Andererseits Was wird Meister Theo denken? Schon eine tolle Dame für so einen Meister Ja Theo Der Ober Oberlord Äh Der Armee quasi Oh, ich kann mich wieder Moven Du wirst doch nicht wirklich denken Dass das euch Imperium zurückhaben will, oder? Sie werden euch mit Sicherheit töten Cause everybody töten Wenn Odessa euch als Gast ansieht Werde ich das auch tun Mein Name ist Fleck Lightning Fleck Der liberalen Armee Noch nie von mir gehört? Ich bin ganz berühmt Sieht man das nicht an meinem Stirnband? Und der Blitznabel Ach ne Andere Person Und denn Merkt ihr den Namen? Der ruhige Typ hier ist Humphrey Der Schwertmann Äh ne Schwertmann Boah Ja, ich, mir passiert das auch laufend Äh, nicht Der Schwertkämpfer Und das da ist Sanchez Er kommt das Mexiko Ja, deswegen hat er so einen Schicken O'Sombrero dort in der Ecke liegen Wir drei sind In der liberalen Armee sehr Berühmt Das musst du wissen Ja, ja Eigentlich, ja Eigentlich, ja Ich hab heute Morgen aber geduscht Mein Name ist Sanchez Wie geht es euch? Und Hamtry sagt bestimmt nichts Ja, ist heute still Es tut mir so leid Ich muss euch erschreckt haben Äh, Viktor Hat Fiese Grenzen Äh Äh Ich Weiß, wir sind Feinde Zu schade So Musste ich jetzt hier aus dieser dämlichen Höhle rausgehen wieder Da war hier unten noch irgendwas Was ich einsacken kann Ich liebe es tun mit zu nehmen Aus Häusern Ja, alles öffnen, alles öffnen Ja Alles einstecken, dort ist ja nix Was man bei Secret of Mana und Breath of Fire nicht all schon geklaut hat Oh Blood Ah, geht hier gut? Darfst du Nö, du Okay Ich muss Sprechen Radio Dessa Ja, Text Ach, das bin ich, ne? Ne, ich, aber ich habe gerade ein Standbild gehabt Achso Deswegen Lassen wir uns mitnehmen Nach drinnen Ja, obwohl er eigentlich schon drin ist Ja Schon fast gut ist, dass es keine deutsche Übersetzung hat Wer weiß, wie schlecht dir der Oh ja Oh ja Obwohl das im zweiten Teil, wo es in Deutsch ist Ist sehr gut übersetzt Gut Wo sind Wo sind wir? Mach dir keine Sorge Das ist der versteckten Der versteck Das ist der versteckte liberalen Armee Hast du eine Nachricht für mich? Du musst Odessa sein Dank Gott Das ist doch dasselbe? Das ist der Typ, der jetzt mit dem Kopf untersteht Ich bin einer der Banditen vom Berg Seifo Aber wir haben nur diese verworteten imperialen Ähm Angegriffen Angegriffen Ja, angegriffen Egal Am nächsten Tag Kam Die imperiale Garde Und Hat unsere Bosse Geknapt Äh, gefangen Vakas und Zeldonja Tolle Bosse Ja Sind echt cool die beiden Vakas und Zeldonja Vermuten sie Sei ruhig Ich will das hören Lady Odessa Bitte Hilf Vakas und Zeldonja Dieser dreckige Grady von Rockland Hat sie aufgehängt Und wird sie Zu Tode Wie heißt das wenn man aufgeh Wenn man festgebunden ist Zu Tode vertrocknen lassen Oder wie auch immer Ich glaube Starving ist hungern Ja genau hungern Ja Man kann ja auch nichts essen wenn man da hängt Das ist ein tolles Wort Ja Starving to death Unglaublich Ex Exekution Mit allen Mitteln Oh ja Das bin ich so wie ich Vielleicht stand bitte Achso Das bist auch du Ich hab eben gerade auch Unterreden Ja Selbst wenn es nach dem Gesetz geht Ist es illegal Wie widerwärtig Wie widerwärtig Aber Odessa Imperiale Oh Gott Es ist Zivilien Es steckt Survive mit drin ne Das müssen wir kurz nachschlagen Leute Ja Dann kann ich alles wissen Du darfst zwar alles essen Aber du darfst nicht alles wissen Das hat der Typ schon zum Tommy gesagt Machen wir uns mal hier dann Überwachung, Kontrolle Beobachtung Okay Dann hast du hier Die Imperial Die Beobachtung Die Beobachtung der Imperialisten Weil es ist halt sehr intensiv Wir müssen sie Am Boden halten Oder sowas ähnliches Ja das war glaube ich richtig Ähm Ich bin darauf vorbereitet Aber wir sind in der Unterzahl Aber die Banditen Haben nach unserer Hilfe gefragt Wir kennen sie nicht Äh Äh Hängen lassen Was bitte? Hängen lassen dachte ich Hängen lassen ja genau Ich wollte gerade fallen lassen Sagen Das ist unsere Schuld Ja da hast du recht Irgendwem muss ja Ja leider wir Aber wir können ja auch noch nichts wissen Das Spiel findet ja gerade an Wie meinst du das? Es ist euer Fehler Wir Ich sehe Nun Selbst wenn ihr denkt Äh Nun selbst wenn ihr Nicht wisst Was wir hier tun Ihr könntet Dem Respekt Gegenüber bringen Richtig Jack Wir müssen Wir müssen Ne du musst Ähm Wackers und Sardonia retten Ich werde euch dabei helfen Zwischen Infolio Responsibility steht für Verantwortung Nicht Respekt Achso Verantwortung Okay Respekt Ja Ja stimmt Ja gibt ja für mehrere Sachen Nimm zwei drei Worte In Englisch Ja Ist ja das Stimme Wir müssen Verantwortung für unsere Taten überleben Ich bin einverstanden Ich stimme zu Ich planne nicht das Imperium zu Betrügen Aber Grady kann man einfach nicht vergeben Ja Das finde ich Zivilis Ähm Grady's Fehler nicht wieder gerade zu biegen Wäre verschlecht für das Imperium Außerdem Ist Der junge Herr Hat der junge Herr Achso Und außerdem Wenn der junge Herr Anweisung gibt Werde ich folgen Danke Ja Wackers und Cydonia Hängen Baumeln Hängen Am Ja Am Haus des Kommandos von Rockland Dem wir uns nicht beeilen Werden sie Verdursten Bitte rennen sie Jack Ich werde dich aufpicken Habe ich gerade Ich werde dich auch Becken gesagt Ja Ich werde dich Auch bitten Victor du gehst auch mit Überlass das Victor Lass uns gehen Jack Rockland Hier kommen wir Voll der Großkotz Ja Aber Später ein paar lustige Szenen drin Er findet einen Der ihm ein bisschen Paroli bietet So vom Labern her Und Bevor es dann Nach Rockland geht Jetzt im dritten Video Mit dem Waldimat Ähm Unterbrechen wir die Aufnahme Bis gleich Jo